Ich war in Blockhaven als I Spice unterwegs und hab versucht Katja zu pranken. Ja, mein perfektes Outfit muss her. Oh mein Gott, ich hab, ich glaub das wären nur die Haare. Ganz ehrlich, ich find das nicht so. I Spice, it's me. Katja schreibt, Ellie, oh mein Gott, ich kann sehen, dass du es bist, das weißt du schon, oder? Was sonst noch passiert ist, schaut gerne im Video.